Hi, ich bin Romina und ich bin von der Fontys University of Applied Sciences in Venlo, also in den Niederlanden. Und ich bin Marketing-Management-Studentin im zweiten Jahr. Bei uns könnt ihr verschiedene Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft und Management, Ingenieurwesen, Logistik und Informatik machen. Da gibt es einfach drei Gründe, die ich dir immer so nennen kann. Unsere Studiengänge sind alle super praxisnah, das heißt, wenn wir Vorlesungen haben, sind die auch immer auf die Praxis bezogen. Und wir haben auch viele Gruppenarbeiten, das heißt, es ist halt nie langweilig und es hat auch immer was mit der Realität zu tun. Das ist super, super cool. Des Weiteren kann man bei uns in kleinen Klassen studieren, das heißt, es ist super ähnlich wie in der Schule. Und man ist nicht in einem großen Hörsaal mit so 500 Leuten oder so, heißt, man ist nicht so anonym, sondern alles ist auf einer sehr persönlichen Ebene, was super cool ist. Und als dritter Grund, wir sind NC-frei, das bedeutet, es reicht uns komplett, wenn du ein Fachabitur hast oder ein Abitur hast. Und es ist uns total egal, welcher Durchschnitt du hast. Wir denken nämlich, dass jeder, der etwas studieren möchte, das auch kann, das nicht von Noten abhängig sein sollte, du musst dich dann quasi im ersten Jahr uns einfach beweisen und das ist dann der Ersatz für den NC. Was erwartet mich bei euch? Das niederländische Studiensystem ist etwas anders und wir haben zum Beispiel integrierte Praktika und du musst deine Semesterferien nicht dafür opfern, um Praktika zu machen, sondern das hast du alles schon in einem Semester drin. Da machst du dann sechs Monate lang zum Beispiel ein Praktikum. Und das ist super cool, weil wenn du dann später in den Beruf einsteigst, hast du dann natürlich super viel Praxiserfahrung. Des Weiteren haben wir auch zum Beispiel die sogenannte Start-up Factory. Da kommen dann einmal alle Studiengänge zusammen und die müssen so eine Art Mini-Unternehmen gründen. Und das ist natürlich mega nah an der Praxis dran, weil das Ganze muss halt auch real sein und da lernst du auch wirklich mal alles dann auch anzuwenden. Weiterhin haben wir auch durch das Klassensystem zum Beispiel eine super persönliche Betreuung. Wenn du zum Beispiel Probleme hast im Studium, dann kannst du dich immer in deinen PPD-Coach, das ist so eine Art Klassenlehrer, wenden und dadurch bist du nie alleine und kommst nicht in so Sackgassen, wo du das Gefühl hast, dass alles vorbei ist, sondern du hast immer Hilfe und das ist ein ganz anderes Gefühl, was da so übermittelt wird an der Front ist, weil wir halt einfach super persönlich sind und es nicht so ist, dass deine Dozenten so weit über dir sind, sondern alles eher so auf einer Ebene ist. Das ist eigentlich eine super entspannte Lernatmosphäre und nimmt den Druck total raus und du kannst auch immer Rücksprache mit deinen Dozenten halten. Wie viel kostet das Studium? Da wir in den Niederlanden sind, haben wir natürlich auch die vorgegebenen Studiengebühren, die dann auch vom Start vorgegeben sind und die sind im ersten Jahr bei so circa 1.000 Euro und im Folgejahr und in den folgenden Jahren halt immer 2.000 Euro. Die könnt ihr aber sowohl in Raten zahlen oder auch am Stück, aber ich kann euch da beruhigen, es gibt mega viele Möglichkeiten, das Ganze zu finanzieren. Entweder geht ihr einfach nebenbei arbeiten, ihr habt auch einmal in der Woche frei und natürlich auch am Wochenende, dann könnt ihr dort ein bisschen Geld verdienen gehen. Ihr habt aber auch einen Druck aufs Auslands-Baföck, das bekommt man meistens ein bisschen einfacher wie das Inlands-Baföck, macht euch da keine Gedanken. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, Studienkredite auf sich zu nehmen und man kann da sicherlich eine Lösung finden und ansonsten unterstützt euch die Frontis da auch mit Möglichkeiten, ein Studium zu finanzieren, ihr werdet da also nicht alleingelassen. Was gefällt dir an deinem Studium? Da rede ich jetzt einfach mal aus persönlicher Erfahrung. Ich bin super glücklich an der Frontis, weil ich auch finde, dass das Studium nicht so trocken ist. Mir war das immer wichtig, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen BWL-Studiengang mache, was ja Marketingmanagement ist, dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit und mich mega langweile, sondern auch so ein bisschen mal Action-Sache habe, ein bisschen praxisnahe Elemente. Und das finde ich halt super cool, weil durch die ganzen Gruppenarbeiten und verschiedene Module wird es halt nie langweilig. Das mag ich mega. Und ansonsten ist es für mich auch irgendwie so die ganze Stimmung am Campus. Es ist einfach so eine mega entspannte Atmosphäre. Die Niederländer sind ja oft generell so sehr entspannt. Und das mag ich einfach, dass alle mal eigentlich relativ gut gelaunt sind, dass die Lernatmosphäre einfach super entspannt ist, dass ich viel mit den Dozenten im Kontakt sein kann, dass alles super, super locker ist. Und ich finde das persönlich zum Lernen total angenehm, weil ich auch noch nicht Angst habe, Fehler zu machen. Und ich weiß, dass ich bei Problemen mich immer an niemanden wenden kann. Und deswegen bin ich dort einfach super glücklich. Und auch auf mich passt so dieses Klassensystem super gut, weil ich mir nicht vorstellen könnte, einfach nur so eine Nummer von vielen zu sein. Ich hoffe, dass ich euch für uns begeistern konnte. Würde mich mega freuen, wenn man vorbeischaut, was wir so anbieten. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja irgendwann. Bis bald!